In 100 Tagen geht es zu Ende. Niemand weiß, wann es weitergeht. Ohne uns wird es dunkel. Wir sind viele. Wir brauchen Hilfe. Deshalb ist die Farbe Rot genau das Richtige. Wir möchten damit den starken Zusammenhalt in Paderborn zum Ausdruck bringen. Insofern müssen wir alle zusammenstehen und gucken, dass irgendwann wieder Aufträge und Veranstaltungen für alle zusammenkommen. Wir würden uns wünschen, seitens der Politik eine Perspektive in Aussicht gestellt zu kriegen. Was in den letzten Monaten passiert ist, ist vorher noch nie passiert. Es muss weitergehen, und zwar gemeinsam. Ein Zeichen an die Politik. Night of Light 2020. Gemeinsam sind wir stark.